Wir begrüßen heute Stefan Schwarze zu diesem Interview. Stefan, du bist für den Kreis Herfurt und die Stadt Bad Oeynhausen bereits seit 2009 im Bundestag und vertrittst als SPD-Abgeordneter unsere Interessen. Viele kennen dich schon, könntest du dich trotzdem noch einmal vorstellen? Gerne doch. Ich bin 43 Jahre alt, ich komme aus Flotho, ich habe eine Ausbildung gemacht zum Industriemechaniker und habe auch 15 Jahre in diesem Beruf gearbeitet. Das ist auch ein Thema, das mir ganz besonders am Herzen liegt, die duale Ausbildung. Als jugendpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion ist es mir ganz besonders wichtig, dass junge Leute einen Beruf erlernen, damit sie ein selbstständiges Leben führen können. Und der zweite Bereich, der mir in Berlin ganz wichtig ist, ist das Bürgeranliegen, den Weg ins Parlament finden. Ich bin da seit acht Jahren im Petitionsausschuss und auch dort Sprecher der Bundestagsfraktion und hatte auch schon viele Petitionen aus dem Wahlkreis in Berlin. Dankeschön.